Ich bin pump, lieber Janni, ich hab Bock. Hast du auch Bock? Lieber Maxi, ich hab sowas von Bock. Ja, und man merkt schon, wir starten hier mit einer ganz anderen Dynamik, weil wir uns beide gedacht haben, wir müssen dieser ganzen Winterlethargie so ein bisschen entgegenwirken. Wir müssen die starke Stimme sein in der kalten Jahreszeit für euch. Wir sind eure sieben Meilen Stiefel auf dem Weg on the road to Christmas. Ja, oder? Muss ich ganz ehrlich sagen, irgendwie, es ist sehr kalt geworden und irgendwie, das gefällt mir nicht. Also ich, also ich habe mich jetzt so an den Lockdown gewöhnt, an den Soft-Lockdown, Lockdown-Light. In der letzten Folge hast du erzählt, du warst sieben Tage nicht draußen. Ich frage mich gerade nur, was meinst du mit, ist es kalt geworden? Ist bei euch die Heizung ausgefallen? Ey, tatsächlich, tatsächlich war ich ja jetzt eine Woche lang im Heimaturlaub bei meinen Eltern, habe mich da wieder einquartiert und tatsächlich habe ich im Gästezimmer geschlafen und da war die Heizung aus. Und es war schon, also es wurde schon gesagt, wie kann ich dort nur schlafen? Also ich habe mich wirklich hart gemacht, weil ich echt denke, wir sind alle ganz schön verweichlich. Wir weinen alle rum, wir wollen gerne wieder auf Konzerte gehen und es ist wirklich weinerlich, weil was die Leute noch nicht gemerkt haben, ist, dass es wahrscheinlich nicht bergauf geht, sondern es geht nochmal bergab, während die Fallzahlen von Corona hochgehen, geht jetzt ein ums andere Land, weiter in den Lockdown. Und die Wettbüros sind schon geöffnet, ja das Zeitgeist und Wunderlich Wettbüro hat geöffnet, um wirklich Wetten anzunehmen, wann geht es in den harten Lockdown in ganz Deutschland. Jan, was ist dein Tipp? Nein, ich möchte mich da noch nicht drauf einlassen, weil zu dem Thema kommen wir gleich noch, es war zu Genüge. Ich wollte noch ein bisschen lockerflockiger, während du dich schon hart gemacht hast, in deiner eingefrorenen Gästezimmerstarre. Ja, ich bin schon im Winter schlafen, mehr oder weniger. Wollte ich doch die Frage stellen, Gästezimmer, ich hätte vielleicht gedacht, dass es bei deinen Ellies noch so ein altes Max-Konrad-Kinderzimmer gibt. Ja, ja, ja. Mit so, weiß ich nicht. Kurze Frage, hattest du Poster in deinem Zimmer? Ja. Was waren das für Poster? Ich hatte ein Poster da hängen und das war, EMP sagt euch bestimmt alle noch was, ne? Natürlich. So, den gibt es übrigens noch. Der Mail-Order. Der Mail-Order. Nehmen wir richtig, Mail. Mail-Order. M-E-H-L. Ja, und ich hatte in meinem Zimmer, es war ein, so, es war ein Straßenzug in Havanna, so in so pastelligen Tönen, in so einem gräulichen Look so und da war an die Wand gepinselt ein Kopf von Che Guevara. Toll, wer hatte ihn nicht? Ich glaube, irgendwo hat in meinem Zimmer auf jeden Fall auch mal so ein Che Guevara-Poster gehangen. Hatte auch viele Che Guevara-T-Shirts und muss sagen, ich habe auch eine 800-seitige Biografie von dem gelesen. Stark, finde ich gut. In Zeiten, wo Max Konrad noch gelesen hat. Ich lese ja auch noch, ich lese halt nur nicht dieses, ach, das wollte ich noch erzählen. Kann ich vielleicht gleich erzählen. Erzähle ich gleich. Bevor wir uns erzählen, ich möchte ganz kurz, Max, noch bei diesem Thema Kinderzimmer und wie hat es ausgesehen? Bleiben. Ja. Weil die Frage, die du ja gerade gestellt hast, ohne dass es die Hörerinnen und Hörer mitbekommen haben, Jan, welche Poster hingen eigentlich in deinem Zimmer? Und die möchte ich gerne beantworten. Bei mir war es ja, ich hatte verschiedene Episoden. Es gab die Fußball-Episode. Da hingen viele Fußballer in meinem Zimmer. Unter anderem die Meistermannschaft von Borussia Dortmund, die dann auch 1997 die Champions League gewonnen hat. Da muss ich ja mein tolles Instagram-Story-Bild von Aaron Carter im Look des BVW gefreut haben. Ja, das hat mich wirklich sehr gefreut. Das war ein Thema. Und dann irgendwann kam die FHM-Phase. Oh, wirklich? FHM. Oh, wirklich? Und ich glaube wirklich, das war so eine Phase, wo meine Eltern das Gefühl hatten, sie haben den Kontakt zu mir verloren. Weil so FHM, anfangs, glaube ich, habe ich mich auch schwer getan, mit großer Pein. Ich sage mal Pein, also mit großer Scham. Diese Bilder aufzuhängen? Nee, nicht aufzuhängen, sondern die Zeitschrift zu kaufen. Aber warum hängt man das auf? Ja, weiß ich nicht. Vor allem, ich bin ehrlich, weißt du, wer da hing? Heidi Klum. Heidi Klum. Ja. Ey, ich habe das nie, ich bin ehrlich, ich fand das damals schon unangenehm und peinlich. Und habe mich auch nicht wohl gefühlt bei Leuten im Zimmern, die sowas da hängen. Weil ich immer mich gefragt habe, why? Hey, also am besten noch die Schräge über dem Bett und denkst du so, ja, Masturbationsvorlage. Ja, ja, überhaupt nicht. Nee, nie verstanden, auch nicht mit 14 schon nicht. War einfach ästhetische Verschönerung meines Zimmers, muss ich wirklich sagen. Nein, aus heutiger Sicht nicht mehr nachvollziehbar, wirklich nicht mehr nachvollziehbar. Und da bin ich mir selber dankbar, weil ich glaube, erstens hätten meine Eltern nicht erlaubt, weil die gesagt hätten, ey, so, Junge, denk mal drüber nach, was du hier machst. Also irgendwie so gefühlt nackte Frau an die Wand. Was soll das? Nee, die Gespräche gab es. Aber, ja, und das wäre dann einfach, diese Gespräche hätte es bei uns nicht gegeben. Zum Glück, wahrscheinlich, weil mir wäre es verboten worden, aber ich habe zum Glück das vielleicht nicht, es wäre wahrscheinlich nicht durchgegangen, weil man gesagt hätte, in unserem Haus passiert sowas nicht. Vermutlich. Tja, also bei mir ist es durchgegangen. Ja, du hast ja die Familie terrorisiert und unter deiner Schreckensherrschaft. In meiner Schreckensherrschaft war es okay. Es wurde erst merkwürdig, als du deine Eltern gezwungen hast, dass sie in ihrem Schlafzimmer auch MHM-Poster aufhängen. So war es. Ja, aber apropos. Und ich habe, aber ich hatte dann im Keller Poster hängen. Ich hatte ein Helicopters-Poster, immer noch eine der geilsten Rock'n'Roll-Bands aller Zeiten, die Helicopters aus Schweden. Und es hängt heute immer noch, es hängt immer noch dort, ein Poster von, ich weiß nicht aus welchem Jahr es ist, lass es 2002, 2003, ja, oder vier, irgendwo zwischen 2003 und 2006 gewesen sein. Das Poster zum Stück Warten auf Godot mit Harald Schmidt in einer Rolle im Bochumer Schauspielhaus. Hängt da heute noch. Jetzt mach mal ein Foto, schick's dir. Ich glaube übrigens, wenn ich es ganz richtig in Erinnerung habe, bin mir jetzt nicht sicher. Habe ich das schon mal erzählt? Nee, aber ich glaube, die werten Kollegen bei Baywatch Berlin haben drüber gesprochen. Und ich meine, mich zu erinnern, dass da Klaas eine Statistenrolle gespielt hat. Das gilt es zu verifizieren. Aber wenn ich das noch im Kopf habe, dann war das Bühnenbild eine große Platte und die ist immer über dieses ganze Stück, ist die immer von links nach rechts geschwenkt. Klaas hat die Platte gespielt. Und es waren, glaube ich, nur drei Leute da. Ja, ich sag ja, es gilt es zu verifizieren, aber es könnte gut sein. Ich war da, ich hab's gesehen, das Stück. Deswegen. Ich hatte ja ein Abo zum Bochumer Schauspielhaus. Du hast also Harald Schmidt. Ich hab alles gesehen. Einmal im Monat war ich da und hab ein Stück gesehen. Das war so vor Abi-Zeit, musst du dir mal überlegen. Er ist bescheuert. Hört man selten. Hört man selten. Ja, wirklich. Hört man selten. Wenn du das überlegst, sagst du, what a nerdy kid. Ja, ohne Witz. Also da waren wir sehr unterschiedlich. Man sieht aber auch da die Entwicklung diametral. Während ich damals wirklich die Titten von Heidi Klum in der Bettschräge hängen hatte, warst du im Bochumer Schauspielhaus. Hab ich Evigenia auf Tauris geguckt. Ja. Oder warten auf Godot im Bochumer Schauspielhaus. Heute ist es andersrum. Ja, wirklich. Aber apropos Schlafzimmer verschönern. Ich mach immer die Dinge, die unpopulär sind. Halt mit 17 ein Abo fürs Bochumer Schauspielhaus. Wahrscheinlich sehr unpopulär. Damit haust du keinen 17-Jährigen vom Hocker. Aber jetzt mit 34 FHM-Bilder in der Wohnung machst du auch keinen so richtig mit 34 mehr heiß. Aber wenn ich mir so 17-jährige Jungs einlade, die feiern das ab. Die denken so, ey, der ist richtig cool. Und Mutti sagt auch nix. Da muss ich allerdings sagen, dann wird es ein bisschen komisch. Also wenn du so als Anfang 30-jähriger Typ dir 17-jährige Freunde einlädst. Ich seh mich schon als Mitte 30. Ich bin Mitte drin. Wenn du dir als Mitte 30-jähriger Typ 17-jährige Freunde einlädst und mit denen zusammen deine FHM-Poster anguckst. Das ist deine Meinung. Ich finde es ein bisschen komisch. Aber apropos Schlafzimmer. Jetzt möchte ich gerne auch noch was sagen. Denn, Max, wie du ja weißt, es wird sehr persönlich jetzt, wie du ja weißt, die erste Lockdown-Phase habe ich ja genutzt, wie viele da draußen während dieser verrückten Zeit, um das heimische Nest zu verschönern. Bei mir im Fokus das Wohnzimmer und auch meine Küche. Und das Schlafzimmer ist so ein bisschen außen vor geblieben. Und jetzt hatte ich Samstag auf wieder einem langen Waldspaziergang irgendwann die Eingebung, ich fühle mich unwohl. Ich fühle mich wirklich unwohl in meinem Schlafzimmer. Es ist ungemütlich. Warum? Nee, es war nicht so heimelig. Es war nicht gemütlich. Ich habe zum Teil lieber auf der Couch geschlafen, also auf der Wohnzimmer-Couch geschlafen, als im Schlafzimmer. Ernsthaft? Ja. Wirklich ernsthaft jetzt? Es ist einmal passiert. Weil du dich in deinem Schlafzimmer unwohl gefühlt hast? Nicht so richtig wohl. Ja. Das stimmt. Ja. Okay. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Zustand, den gilt es zu ändern. Und jetzt ist der kleine Deko-Fuchs mit mir geweckt worden. Hilfe, ey. Das ist ja wirklich so. Also Deko-Fuchs ist vielleicht, aber nee, der Ontario, Interior. Designer. Interior-Jan. Ja, Interior-Jan. Jan. Ist geweckt. Und wirklich. Jean-Tabliu, würde ich sagen. Jean-Tabliu. Wenn es den Ikea-Katalog noch gäbe. Ja. Das ist ja jetzt. Ich habe es mitgekriegt. Die Älteren werden sich erinnern. Ist ja jetzt abgeschafft worden. Staatsräume in Schweden. Ja. Flaggen auf Halbmast. Ja. Ich hätte ihn wirklich jetzt Tag und Nacht gewälzt. So bin ich einfach direkt hingefahren. Ja, was? Ja, ich war direkt auf dem Rückweg der Wanderung zu Ikea rein. Du weißt, ich bin ein Machertyp. Warum denke ich eigentlich, dass jeder, dass tendenziell ein Ikea irgendwie so, ist für mich irgendwie schon super spreader Hotspot irgendwie bei Design. Oder? Habe ich immer so, ich würde denken, also wenn du, wahrscheinlich in meiner Top 5, wo würdest du nicht hinfahren? Ich würde da schon nicht gerne hinfahren, wenn nicht Corona ist. Aber wahrscheinlich wäre Ikea einer der Orte in meinen Top 5, wo ich nicht hinfahren will. So der unhygienischste Ort, diese komische Hotdog-Station. Und ach nee, für mich ist das wirklich so, Ikea ist für mich eine einzige Hotdog-Station. So, ach schrecklich. Ich habe wirklich Matratzen erstmal auch Probe gelegen und Probe geleckt. Und jetzt sehr geil so. Und heute begrüßen wir unseren Werbepartner. Das schwedische Einrichtungshaus Ikea. Viele kennen es, viele lieben es. Ja. Was wurde gekauft? Ich habe wirklich jetzt, ich habe noch nicht so viel gekauft, aber ich habe ein Konzept. Ja, also wirklich, es ist jetzt wirklich, ich habe auch zum ersten Mal für einen Raum so ein Farbkonzept. Es gibt verschiedene Themenbereiche. Also wirklich, es ist so, zum ersten Mal, Max, du wirst es nicht glauben, ich habe zum ersten Mal so eine Lampe. diese Geschichte wirklich schafft mir körperlichen Schmerz. Und ich wusste es. Ja. Und deswegen möchte ich sie auch in aller Breite erzählen. Bitte. Und ich habe zum ersten Mal das Thema, ich habe eine Nachttischlampe mir ausgesucht, eine Designerlampe, die gibt es nicht bei Ikea, die ist jetzt gerade ausverkauft. Da habe ich mich auf die quasi, ne, auf die Warteliste setzen und einen Alarm eingestellt, wenn die wieder verfügbar ist und alert, damit ich die dann kaufen kann. Du bist auch ja so Individualist, ne? Ja. Ihr richtig Individualist. Ja. Deswegen auch bei Ikea gewesen. Ja, genau. Ja, und die Designerlampe aber nicht. Die nicht. Nein, nein. Also du hast dein ganzes... Ich brauche ein paar It-Pieces. Ich brauche ein paar It-Pieces. Und wie ich sage dir... Die Designerlampe ist dann darauf, von der Designerlampe wird das restliche Schlafzimmer geplant. Die ist in einem Farbkonzept, die ist irgendwie auch in einem, die ist so ein bisschen der mehr futuristische Part. Es wird, Poster habe ich bestellt, werden eingerahmt, kommen an die Wände. Also ganz toll. Max, wenn du mich beim nächsten Mal besuchen kommst, dann steht dieses Schlafzimmer schon. Dann legen wir uns erst so ein Stündchen ins Bett. Wirklich. Ich werde jetzt keinen mehr in mein Wohnzimmer holen, sondern direkt alle Leute ins Schlafzimmer führen, was mitunter zu während Szenen führen wird. Ich weiß es. Aber die werden sich... Wo ich sage, komm, wir legen uns mal zu einem Plausch erstmal hin. Ja, auch warum nicht? Ich lege mich gerne zu. Und ich kann dir nur sagen, es gab eine Zeit lang, da habe ich wirklich mal gesagt, ich habe wirklich eine Phase lang in meinem Zimmer gewohnt und weil ich gesagt habe, ich möchte es mal ausprobieren, minimalistisch zu leben und wirklich alles raus aus dem Zimmer. Und es gab nur noch eine Matratze in diesem Zimmer. Und ich habe mich da wohl gefühlt. War das zu der Bochumer Schauspielhauszeit? Nee, nee, war es nicht. Inspiriert von Baden auf Kodow? Nein, zu der Zeit habe ich doch noch, da war ich 17, da habe ich bei meinen Eltern gewohnt. Ich konnte nicht mal selber nach Bochum fahren. Also ich wurde da hingefahren. Du warst sehr fremdbestimmt. Ja, wirklich. Schrecklich. Nee, wirklich, so war es. Aber tolle Story. Also wirklich, liebe es auch und kann auch total damit relaten. Und ich gebe dir jetzt dann dafür direkt die Retourkutsche und möchte dich noch mitnehmen, weil mir ist wieder eingefallen, und wir haben vorher über Bücher gesprochen. Also nicht in der Folge, sondern wie ich immer sage, off-camera, ja, haben wir gesprochen. Off-record. Off-record, sage ich auch manchmal. Und da möchte ich dich nochmal mitnehmen. Ich habe, glaube ich, schon mal von diesem Buch berichtet. Und es ist vielleicht eines meiner Lieblingsbücher, was ich nie zu Ende gelesen habe. Es ist ein Buch von The Da Vinci Code? Nein, The Da Vinci Code. Nee, von Leonie Swann. Und die hat das wunderbare Buch geschrieben und viele von euch werden es kennen und lieben, ist Glen Kill. Ja, und Glen Kill, ich lese dir ganz kurz den Ausschnitt von Wikipedia vor. Glen Kill ist der im August 2005 im Goldman Verlag erschienene Erstlingsroman der deutschen Schriftstellerin, oh, dann heißt sie Leonie Schwan. Und du dachtest bis hierhin, die heißt Leonie Swann? Ja, ja, weil ich dachte, sie wäre vielleicht Engländerin, weil, löst sich vielleicht gleich auf, wie ich auf den Gedanken kam. Fahre fort. Das Buch war über mehrere Jahre hinweg ein Bestseller. Die Taschenbuchausgabe hielt sich 2007 mehrere Monate an Platz 1, der im Auftrag des Spiegels ermittelten Bestsellerliste, also Spiegel-Bestsellerliste, mehrere Monate, über Jahre hinweg Bestseller, ja, einer deutschen, Leonie Schwan. Eine Besonderheit des Krimis liegt darin, und jetzt kommt's, dass die in Irland spielende Geschichte, und deswegen Irland, ich hab gedacht, ne, Leonie Swann, weil Irland aus der Perspektive von Schafen erzählt wird. Und dabei geht's darum, dass der Schäfer der Schafe ermordet wird, und die Schafe diesen Mordfall aufklären. Ja, okay. Kein Witz. Spiegel-Bestseller im Jahr 2005. Ja. Ja. Also dass wir das alle erleben durften, würde ich sagen. Hey. Ja, ich hab's noch nicht gelesen. Ich find's erst mal ein interessantes Spiel mit der Perspektive. Oder? Ja, absolut. Ich hab auch immer gerne, ich weiß, wie komm ich denn, Schorn das Schaf. Gab's ja auch mal eine Zeit, ne? Ja. Ich liebe Schorn das Schaf. Ist das so im unmittelbaren Nachgang entstanden auch? Das Buch? Ja, vielleicht eine sehr große Liebe zu Schorn das Schaf. Ich weiß es nicht. Aber großartig. Würdest du sagen, ist auch eine Leseempfehlung? Ja, und man kann jetzt bei Google Books kannst du das ganze Buch lesen. Ja, klasse. Muss man nicht mal mehr kaufen, oder? Also, könnte mir das Weihnachtsgeschenk folgendermaßen vorstellen für die Frau Mama oder den Herrn Vater. Einfach mal einen Gutschein ausstellen und dann den Link draufpacken von Google Books. Ja, wir teilen auch nochmal das Cover. Ich zeig's dir schon mal. Ja, da ist ein Schaf drauf. Ja. Ja. Schaf drauf. Steht doch extra drunter, ein Schafskrimi. Super. Da bin ich schaf drauf. So, und ich würde sagen, mit diesem ulkigen Joe. Ist ein Buch für dich, oder? Ist ein Buch für dich. Ich werde dir jetzt über Wochen lang immer Passagen aus diesem Buch vorlesen, weil man kriegt's ja bei Google. Und weil ich weiß, also, solange du mich mit Interior Design Geschichten terrorisierst, werde ich als großen Racheplan dich mit Glen Kill Stories terrorisieren. Wie gesagt, kannst du haben. Kannst du haben. Ich find's klasse, lieber Max. Mehr davon. Die Community freut sich. Wir alle wollen mehr Schafkonten. Und damit würde ich sagen, fahr den Jingle ab. Wir starten in die politische Woche. Meine Damen und Herren, Ihre Republik ist nicht unsere. Denn dumm bin ich nicht. Ich sage die Wahrheit. Herr Möllemann, Sie müssen ja schon wieder gut abgefüllt sein. Die politische Woche. Und ich weiß nicht, ich bin hin und her gerissen. Es gibt viele News in der politischen Woche und ich bin schon fast und teile schon fast die Meinung unserer Kanzlerin. Die ja wirklich komplett, also so hat man sie noch nie erlebt. Oder? Die Bild-Zeitung hat wirklich die Frage gestellt, war das die emotionalste Rede ihrer Regentschaft? Oder auch Kanzlerschaft? Jan, von dir dazu eine Einschätzung. Meine Einschätzung, ich würde sagen, yes. Wie würdest du es einordnen? Auf der Richterskala. War es ein Beben der Klasse 9? Nein. Es war eine Politikbeben, das durch Berlin waberte. Ja. Nein, dass Berlin in Mark und Bein erschüttert hat. Und sie hat auch immer mit den Fäusten so, also wirklich so ein bisschen so, ihr, dass sie nicht gesagt hat, ihr Trottel, ich erzähle euch seit einem halben Jahr, dass eine zweite Welle kommt. Wieso seid ihr alle so doof? Kurze Frage dazu. Ich glaube wirklich, apropos Beben, sie hat so sehr auf das Rednerpult eingedroschen, dass es zu mittelschweren Beben geführt hat, weil, ich glaube, es war nämlich am selben Tag, dass Julia Klöckner im Bundestag so fies gestürzt ist. Und ich sehe da zusammen. Was ist denn, was ist denn immer mit diesen Politikern los? Also ich mache mir langsam Sorgen. Und übrigens, dass die, also, alle stürzen ständig irgendwo. Du erinnerst dich, war das Anfang des Jahres? Nein, aber du erinnerst dich, Anfang des Jahres? Nein, wir reden nicht über Peter Haltmeier. Ich will da auch nicht so drüber lachen, weil es war ja ein fieser Sturz, aber, you know. Und, nein, die Schüttelattacken der Kanzlerin, war das Anfang dieses Jahres oder war das letztes Jahr? Letztes Jahr schon. Mitte Ende letzten Jahres. War im Sommer. Ja, war im Sommer, ja, also, wirklich, was ist denn da los mit den Leuten? Ja, und da hatte man das Gefühl, Angie Merkel so ein bisschen Luft raus. Am Ende ihrer Kanzlerschaft ist ein bisschen die Luft raus, irgendwie nicht mehr ganz so fit. Jetzt gerade, finde ich, macht sie den dynamischsten Eindruck seit Jahren. Ja, wirklich. Und, ja, wie gesagt, hat wirklich da nochmal mobilisiert, weil, wir müssen kurz einordnen, Max, wir stehen eigentlich, und du hast die Frage ja eben auch schon aufgeworfen, vor dem Lockdown Totale. nach dem Lockdown Light hat man ja jetzt gesagt, ja, wir streben sozusagen neue Lockdown-Regeln an, allerdings erst nach Weihnachten. Ja, man will eigentlich bis Weihnachten sowohl dem Einzelhandel den Umsatz ermöglichen, als auch natürlich den Familien ihr Weihnachtsfest, aber ist das jetzt. Danach dann halt aber auch für alle erst mal sechs Wochen lang Lampen aus. Richtig, ich habe dazu ein sehr, sehr treffendes wie witziges Meme gesehen, und zwar irgendwie so die Titanic, die auf den Eisberg zufährt, und dann so, ja, Eisberg voraus, und dann so, ja, okay, wir ändern den Kurs, halt nach Weihnachten. Ja, oder? Ja, fand ich irgendwie, hat es irgendwie ganz gut zusammengefasst, weil so fühlt es sich an, also, wenn ihr jetzt die Folge hört, es ist ja Sonntag, und ab morgen geht Sachsen in den Lockdown, ich weiß nicht, wie es mit Bayern ist, da gibt es ja auch Ausgangsbeschränkungen. Die sind ja schon im Lockdown. Laufen schon, aber ich glaube, da war es wirklich mehr so, es ändert sich ja eigentlich nichts. Interessanterweise, Österreich kommt jetzt gerade aus dem harten Lockdown, die gehen jetzt zurück in Lockdown light. Ja gut, die machen ja Lockdown light, hatten die, im Anfang November, dann sind sie in den harten Lockdown gegangen, jetzt gehen sie wieder in Lockdown light, das ist immer so. Ja, ist ja auch Skiurlaubssaison jetzt so langsam. Ja, das ist ja zu, außer in der Schweiz, da dürfen alle fahren, das ist ja auch nicht Europa. Typisch Schweiz, aber da hast du ja letztes Mal auch schon gesagt, dass du die hast. Ja, und irgendwie hat es sich wieder bestätigt, so unterschwellig, irgendwie, egal was du immer hörst, so irgendwie, wir müssen übrigens ganz kurz einhaken. Wann hast du das letzte Mal Good News aus der Schweiz gehört? Wo so war, Folgendes aus der Schweiz voll gut. Selbst wenn die über dieses komische Ding, was die da, wo die, die haben doch, ZERN. ZERN. So, selbst da kommen dann Good News, die aber irgendwie heißen, aber wenn das schief geht, entsteht dir vielleicht ein schwarzes Loch und frisst die Welt auf. Warum können die kein schwarzes Loch im ZERN entwickeln, was Corona bekämpft? Ja, Und die Frage ist, auch da, ja, egal. Jedenfalls, ja, wir bewegen uns zu auf den Lockdown Totale. Ja. Und die Kanzlerin hat es natürlich jetzt in ihrer Brandrede nochmal deutlich gemacht, also jetzt muss eine Änderung kommen, sie hat auch gesagt, ähm, ja, wenn ich jetzt, ja, wann dann? Es ging wirklich so ein bisschen in die Richtung, auch so nach dem Motto, ja, wenn halt dann die Schulferien normalerweise ab dem 19. beginnen, dann müssen wir halt sehen, dass die jetzt halt irgendwie ab dem 16. beginnen. Das muss halt irgendwie möglich sein. Sie ist nicht die Expertin, hat sie gesagt, aber da gibt es Experten, die sollten das jetzt einfach mal machen. Finde ich auch gut. Also ich bin jetzt keine Expertin, aber wenn ich das schon weiß. Kümmert euch jetzt drum. vor allen Dingen, das war die Aussage. Was ich nicht verstanden habe, ich habe heute auch noch irgendwo im Radio gehört, dass selbst der Vorsitzende des Deutschen Wirtschaftsverbundes oder Verbands gesagt hat, wir müssen in den harten Lockdown. Also wenn der schon sagt, der den Einzelhandel auch schützen will, wenn der schon sagt, also der Antreiber für die Wirtschaft mehr oder weniger oder der Vertreter der Deutschen Wirtschaft schon sagt, wir müssen in den harten Lockdown. Ja, dann ist so die Frage, warum gurken wir jetzt hier alle noch in diesem, alle wissen schon wieder und alle, also irgendwie so die breite Masse sagt, irgendwie alle wissen es und irgendwie fühlt es sich gerade so an, als wenn nur noch so für die letzten Corona-Leugner noch so gesagt wird, ja, wir machen es nicht sofort, sondern erst nach Weihnachten, weil irgendwelche Leute halt, die gleichen Leute, die sich über diese Gebührenerhöhungen beschweren von 86 Cent und den Aufstand da erproben, die auch sagen, wenn man jetzt in den Lockdown geht, ne, ne, ne und gefühlt für die, für die fünf, die da rumpöbeln. Nur nochmal kurz fürs Protokoll, Sachsen ist ab dem Tag im harten Lockdown. Also, ne? Ja. 95 Prozent der Querdenker müssten damit ja eigentlich abgefrühstückt sein, sollte man meinen. Sollte man meinen. Ja. Nein, aber es ist, wo wohnst Xavier Night Unruhe? Es ist wirklich so ein bisschen die Frage, wer hält jetzt sozusagen die anderen Ministerpräsidenten oder die Regierung noch davon ab, das sozusagen überall jetzt gerade durchzusetzen? Ja, die Bundesregierung, ja. Es ist übrigens auch... Ich frage mich das immer, kann die Bundesregierung das nicht einfach auch mal jetzt irgendwie entscheiden? Es hatte ja in dem ersten Lockdown so ein bisschen den Anschein, als wenn das so wäre. Es war ja aber dann immer eine einstimmige Entscheidung der Ministerpräsidenten, mehr oder weniger einstimmig. Man hat das dann irgendwie herbeigeführt. So, jetzt gab es ja irgendwie zuletzt diese Ministerpräsidentenkonferenz. Armin, hattest du keine Einladung zu unserem Zoom-Call? Aber wir waren alle da. Aber wir schicken dir die Notes. Ja. Also, Armin, es ist halt jetzt rausgekommen, wir machen es alle. Danke. Ja. Und jetzt gerade ist es aber dann wieder so, okay, man hat sich getroffen, man hat was festgelegt, was ab nach Weihnachten gilt und jetzt fahren aber einzelne Bundesländer wieder so einen Sonderweg. Also ich meine, im Falle von Sachsen, weil die Infektionszahlen super hoch sind, auch total sinnvoll, in Bayern sieht es ähnlich aus, aber die Frage ist halt so, okay, was ist in den anderen Ländern? Ja, ich habe keine Ahnung und irgendwie, aber, und dann wird auch gesagt, und dann, wenn sich dann noch Politiker hinstellen und sagen, wir haben es nicht gewusst, dann denkst du so, und wenn dann schon die Nachrichten sagen, ja, stimmt nicht so wirklich, weil die Kanzlerin hat das irgendwie seit März gesagt, dass eine zweite Welle kommt und vielleicht jeder, der mal, ich habe den Drosten-Podcast nie gehört und selbst ich weiß, dass der Drosten von der zweiten Welle gewarnt hat. ich wiederum, auch wieder so dieses, alle wussten es, ist so wieder so ein kollektives Versagen irgendwie, oder? Oder auch so eine kollektive Blindheit. Also, ich finde es echt verwirrend. Ich habe ja schon, und ich bin nur ein kleiner Hobby-Virologe, muss ich ja sagen, bin ich auch geworden, ja. Ja. ich habe ja sehr früh schon sehr hellsichtig, jetzt auch über mich selbst, die spanische Krippe, ja, ja, ganz genau angeschaut. Ja, ja. Was habe ich gemacht? Wikipedia. Ja. War auch meine einzige Quelle. Gugelte. Guggele, Guggele, wie ich sage, Guggele. Guggele. Ich sage Guggele. Ich habe ja Verwandtschaft in Badewürdeberg, deswegen sage ich Guggele. Ich wollte gerade sagen, mindestens drei Rentner klatschen sich jetzt gerade ordentlich auf die Oberschenkel bei dem Gag. Ja, Guggele. der hat gesessen. Guggele. Oder Guggele. Jedenfalls habe ich ohne Scheiß einfach diesen Wikipedia-Artikel gelesen. Ja. Zur spanischen Krippe. So. Und dann kannst du dir ja anschauen, wie dort der Infektionsverlauf war. Es gab eine erste Welle. Richtig. Die war stark, aber. Im Frühjahr übrigens auch. Ja, aber um Längen nicht so stark wie die zweite. Die zweite war um ein Vielfaches stärker. Und wann war die? Die war dann im Winter natürlich. Genau. Dezember, Januar sogar. Wo ich noch gedacht habe, wahrscheinlich können wir die so Oktober, November erwarten. Aber wirklich fast identisch zum Zeitraum. Es ist wirklich verrückt. Auch in der Länge. Auch wenn man sich beispielsweise dort die erste Phase... Zweite Welle kürzer, aber intensiver. Ja, aber auch wenn du dir die erste Phase anschaust, dann waren es auch dort so zweieinhalb, drei Monate. Ja. Also wirklich... Und dann heißt es also auch... Sehr, sehr ähnlich. Und übrigens... Dritte Welle. Sorry, Guys, aber es gab eine dritte Welle. Genau, die dann im April nochmal kam. Genau. Jetzt gibt es zwar einen Impfstoff, glücklicherweise, und es gibt ja auch irgendwie, es wird ja auch ein Impfkonzept gerade entwickelt. Ja, wie fandest du denn, wie fandest du denn, also es gibt irgendwie für was, 800.000 Dosen jetzt für Deutsche und du brauchst schon... Wie viel braucht man nochmal pro Person? Zwei. Zwei. Okay. Also 400.000 Menschen kannst du schon mal impfen. Ja. Das wundert mich so ein bisschen, dass da nicht irgendwie mehr da ist. Und wie stehst du eigentlich dazu, wie fandest du eigentlich diese, in England, in Great Britain, da wurde ja jetzt schon losgelegt mit dem Impfen. Und wie fandest du denn, die erste, die geimpft wurde, war ja eine 90-jährige Dame. Und wie fandest du das so? Ja, natürlich, sie ist... Ich weiß nicht genau, worauf sie jetzt gerade hinaus will. Ich möchte das wissen, was du so darüber denkst. Ja, ich habe gedacht so, ja krass, sie ist jetzt das Versuchsobjekt. Also, dass sie das noch überlebt, den Impfstoff. Ja. Also, da habe ich echt gedacht so, ja krasses Ding, weil ich meine, ist ja schon nicht ohne. Man kennt das ja zumindest mal, wenn man in irgendwelche halbwegs exotischere Länder fliegt, dann eine Impfung macht, dann ist man ja von so einer Impfung richtig ausgenockt. Und ich habe jetzt keine Ahnung, wie das bei diesem Corona-Impfstoff ist, aber ich habe gedacht so, ja krass, also Daumen drücken, dass dir das Ding überlebt. Vor allem, ja, das sagen ja auch manchmal, dass du dann durch die Impfung auch echt richtig angeschlagen sein kannst. Aber, ähm... Ja, also wie bei anderen Impfungen halt auch. Ja, aber was ich, und dann, erstens habe ich gedacht irgendwie so, ja, man will halt mit der Risikogruppe starten und so weiter, und irgendwie habe ich, aber so wie du es dann beschrieben hast, ich habe es dann irgendwie so gebetrachtet, so, ja okay, das ist aber auch eine ganz schön komische Nummer, weil das zeigst du dann öffentlich bei einer 90-Jährigen, wenn die das nicht überlebt, kannst du dann sagen, ja, die war 90. So, so ein bisschen Versuchskaninchen und so gucken, wie sie reagiert, ob sie jetzt in den nächsten drei Minuten direkt schon zum Zombie mutiert oder ob sie es irgendwie schafft. Und dann hat sie auch nochmal einen Appell an die Bevölkerung gegeben, mit den Worten so, ja, wenn ich das machen könnte, könnt ihr das auch. So als Aufforderung, hey, wenn ich mit 90 Jahren und so, dann könnt ihr das alle auch machen. Und ich habe gesagt so, ja, irgendwie passt der Vergleich nicht so richtig, weil, was ja alle irgendwie so ein bisschen befürchten, sind die Spätfolgen. Und da habe ich so gesagt so, ja okay, wenn du das machst, also sind wir realistisch, wie lange machst du es wirklich noch? Also, kann die noch irgendwie die Spätfolgen überhaupt miterleben? Ist jetzt so ein bisschen der Unterschied, also, das zwölfjährige Kind kann halt Spätfolgen noch gut erleben. Sie mit 90, da wird es schwierig. Also, irgendwie hat das alles so ein bisschen gehinkt und dachte so, ja, wenn sie das kann, also, und Boris Johnson war auch da, aber der hat sich nicht impfen lassen. Der hat nur geguckt. Der hat sich das halt angeguckt. Ja, mach mal. Margaret Keenan. Ich habe kurz nachgeschrieben. Ja, genau. Margaret Keenan heißt die Gute. Die mit 90 noch sehr fit aussah und fit wirkte. Im Gegensatz zu so einem 100. Geburtstag, den ich auch irgendwie in so einer Nachrichtensendung in den USA gesehen habe, die auf gar nichts mehr Bock hatte und das dann auch die Reporterin hat sehr spüren lassen. Die so, I'm so tired. Und die, ja, so viel dazu. Aber, ja, wann geht es denn in Deutschland los mit den Impfen? Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht so genau. Ich weiß auch keiner so richtig genau. Weil man ja jetzt auf eine europäische Lösung wartet und die europäischen Vorgaben für Impfschutz ja doch schon sehr strikt sind, wartet man jetzt einfach da auf eine Lösung. Man wartet auf eine Lösung. Ja, schauen wir mal. Was Ursi da so deichselt. Vielleicht wird es ja noch was vor der dritten Welle. Fingers crossed, wir hoffen es. Was hat eigentlich damals bei der spanischen Grippe dazu geführt, dass es überhaupt aufgehört hat? Ich glaube, Herdenimmunität, ne? Ja, genau. Herdenimmunität hat halt eine schlappe, schlappe 20 Millionen Tote. So wollte ich gerade, es gab wahrscheinlich, so gefühlt gab es in Europa 100 Millionen Menschen und 20 sind gestorben. Und dann war halt einfach so, ja, dann war die Nummer auch durch. Dann war die Nummer auch durch, würde ich jetzt auch sagen. Ja, apropos, die Nummer ist durch. Ich komme zum letzten Punkt unserer politischen Agenda und da ist die Ursi nämlich auch gerade dran. Also man merkt, alle Hände voll zu tun und wir sind wieder auf der Insel, nämlich, ähm, was ist los eigentlich in Sachen Brexit? Weil, da hatten viele zwischenzeitlich schon vergessen. Ja. Ich glaube, die Briten selbst auch. Aber, ähm, wenn alles so weiterläuft, wie gerade, dann steuert man auf einen harten Lockdown zu. Auf einen harten Lockdown zu. Aber wirklich bei denen Dauerzustand. Das ist wirklich bei denen dann Dauerzustand. Bei denen da? Ja. Bei denen da drüben auf der Insel. Ja, wirklich. Also, dann hat man sich wirklich in zweifacher Hinsicht das komplett abgenabelt. Erstens mit dem, noch nicht so richtig, zu Ende getesteten Impfstoff. Hatten wir letzte Folge schon. Ja. Und dann ist man auch noch raus aus der EU. Ja. Oder am Ende so. In fünf Jahren einfach nur so Brachland. Da ist das wie die Galapagos-Inseln. So irgendwie. Ja, da hat man eine Zivilisation existiert. Da stehen jetzt Monolithen. Ja, kommen wir nachher noch zu. Oder so ein bisschen wie beim, wie diese Insel beim Feierfestival. Ja, wirklich. Ja, es sah great aus, aber dann, naja. Ja. Wie hast du gesagt, Cheerleader-Effekt, ne? Ja. Von Weitem sah das alles noch, da sah die Küste von Cornwall noch toll aus. Und dann kam es da an und hast gesagt, thanks but no thanks. Wirklich, mit dieser Küste von Cornwall, das Einzige, was ich da mit verbinde, sind so richtig fiese Fährfahrten mitten in der Nacht, wo ich draußen stand. Schwer brechend. An Deck, also weil, wirklich, alles, selbst im Winter, war alles schöner, als unten unter Deck zu sein. Mit diesen ganzen furchtbaren Leuten. Nein, einfach diese furchtbaren Leute. Wirklich, das war ganz, ganz furchtbar. Echt? Was haben die denn gemacht, die Leute? Also für die, die es nicht wissen, ich habe zeitweise in England studiert und wenn ich dann hier mal in Deutschland zu Besuch war, dann bin ich, weil ich keine Kohle hatte und mir Flüge nicht leisten konnte und natürlich auch zu verplant war. Weil du dein ganzes Scheißgeld für FHM-Poster ausgegeben hast. Ja, damals schon. Ja, das waren die Spätfolgen. Ja, echt? Oh Gott. Nee, ich hatte kein Geld für Flüge und deswegen habe ich dann den 39-Fund-Bus genommen von London, nee, sogar von Hall, also in Nordengland nach Köln und der hatte ich dann unter anderem halt über den Ärmelkanal gebracht. Über den Brennerpass einen kleinen Umweg gefahren. Nee, über den Ärmelkanal gebracht mit der Fähre. Du bist dann mit dem Bus dahin, musst du aussteigen. Gab es das schon den Eurotunnel? Hätte man den auch nehmen können? wenn du tagsüber gefahren bist, bist du durch den Eurotunnel, aber nachts bist du dann leider mit der Fähre gefahren und dann wirklich, es war so furchtbar. Ich bin einfach immer aufs Deck gegangen und habe die ganze Zeit nur geraucht. Ja, wirklich. Schön, vor Weihnachten auch, die Feinfahrt war schön, ne? Das war wirklich schön. Drei Grad Regen, rauchend auf dem Deck. Wobei, das habe ich mal gemacht, da bin ich dann mit der Fähre von Hall nach Rotterdam, das ging auch, über Nacht und dann konnte man in so einer Koje schlafen. Ich habe Sachen gemacht, ich kann euch sagen, ihr Lieben. Ne, ich habe ja in Lund studiert und dann gab es auch vor Weihnachten, das ist das erste Mal, ich habe ja schon viele Flüge sehr knapp gekriegt. So, ich habe nur einmal in meinem Leben einen Flug verpasst, aber auch nicht, weil ich zu spät, also, ja, weil ich zu spät los bin, aber ich bin so spät los, als ich wach geworden bin, war der Flüge schon weg. Also, es war nicht so, ich brauche jetzt mich auch nicht beeilen, weil, aber andererseits so, ja, dann hast du auch kein Problem mehr. dann hast du kein Problem mehr. Das ist auch so. Ja, außer mit der Tatsache so, wie kommst du denn jetzt nach Hause? Morgen ist Heiligabend oder übermorgen, also es war glaube ich am 22. So, Flieger verpasst, du wirst wach, okay, es ist irgendwie 9.40 Uhr, war jetzt auch nicht so ein 6 Uhr Flug, sondern es war 9.40 Uhr, Flieger geht um 9.30 Uhr. Ah ja, okay, die sind jetzt, oder ne, um 9.50 Uhr, also du hast jetzt 10 Minuten. Let's face it, selbst wenn ich renne, das Geld ist zu. Also in 10 Minuten werde ich das wohl nicht schaffen. Zum Flughafen, über den Öresund drüber, werde ich wohl zum Kopenhagener Flughafen, wird knapp. So, selbst wenn ich dem Taxifahrer sage, drück auf die Tüte, schafft er nicht. Also, Alternativplan, wann geht denn, wann geht heute noch ein Flieger? Ah ja, irgendwie ein Flug für 700 Euro, gut, der fällt schon mal raus. Nächster Flug in drei Tagen. Also, ausweichen, wirklich mit Zähne knirschen, auf die Bahn. Schrecklich. So, dann habe ich mir das und... Das ist wirklich die Frage so, wie fährt man da? Also, was ist dein nächster Zwischenstopp? Von Kopenhagen? Nächster halt, ähm... Kann man von Kopenhagen nach Hamburg oder so fahren? Genau, du fährst nach Hamburg. ja. Und dann muss ich glaube ich umsteigen. Wie lange fahren wir nach Hamburg? Oh, weiß ich nicht mehr. Drei Stunden, vier Stunden oder so? chillig. Also, vergleichen mit dem Tortur, den ich da hinten gewusst habe. Ja, die Fahrt war so acht Stunden, neun Stunden. Ich bin auch Fähre gefahren. Geschenkt? Ja, nach Puttgarden. Von Puttgarden nach Fehmarn. Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn du mir das gerade so erzählst, wenn jetzt nicht Corona wäre, hätte ich sogar richtig Lust auf die Fahrt. Ja, wirklich, war eine schöne Fahrt. Aber, nicht wenn du geplant hast, in der Stunde verkatert, also, in der Stunde verkatert zu Hause zu sein, so, oder anderthalb Stunden, sondern diese lange Fahrt. Und das war vor Weihnachten. Und dann habe ich festgestellt, dass scheinbar kurz vor Weihnachten Menschen umziehen und scheinbar irgendwie ihre Zelte abbrechen und einen Umzug mit einem ICE machen. Das war wirklich, ich habe noch nie sowas erlebt. Da fahren dann Leute ja nach Hause und wirklich tausende von Koffern dabei. Und manche Leute hatten dann Sachen dabei. Es wurde wirklich gedacht, die machen hier gerade einen Umzug. Die hatten wirklich da so Möbelstücke mit dabei. Möbelstücke. Die haben auch vielleicht in dem Moment kurz vorher gedacht, ich müsste mir mal mein Schlafzimmer neu einrichten. Wirklich? Aber halt in einem anderen Land. Also meine Eltern haben mal Urlaub gemacht auf Ceylon, was heute Sri Lanka heißt. Ceylon. Ja, aber da hieß es noch Ceylon. Deswegen übrigens auch Ceylon-Tee. Ja. Das ist irgendwie so, da war da so in den 60ern war die da oder irgendwie so Anfang der 70er. Und da haben die Bilder gemacht, wo die mit dem Zug fahren. Und das sind so diese Zugfahrten, die man so kennt irgendwie aus dem Fernsehen, wo so oben auf dem Zug Leute sitzen und drumherum. Die Fahrt am 22. Dezember von Kopenhagen nach Essen war ungefähr das gleiche Feeling. Wie du irgendwie in den Reisplantagen stehend vom ehemaligen Ceylon. Ja. Ja. In den 70ern. So wäre wirklich gleich jetzt erlebbar. Übrigens weniger Reis, mehr Kaffee und Tee vor allem. Ja. Aber okay, so viel zum Brexit. Und dann würde ich sagen, Max, wir kommen jetzt zu unserer heiß geliebten Nummer 1 Kategorie, Panorama. Ja, und die Panorama-Kategorie heute, muss man wirklich sagen, steht unter einem ganz besonderen Motto. Ja. Und ich glaube, es hängt damit zusammen, dass ich mir für mein neues Schlafzimmer ein Poster gekauft habe mit dem Thema Mars. Ja. Ja. Ich glaube, das hängt alles ein bisschen zusammen. Nämlich Thema Nummer 1 für unsere Panorama-Show in der Show lautet die große Monolithen-Show. Was war da los? Ja, wobei ich jetzt sogar noch gesagt hätte, wenn das Thema Mars gewesen wäre, hätte ich gesagt, ein Mann, der ja auf, der ja wirklich, während du dir ein Poster ins Zimmer hängst, sagt der sich, warum nur ein Poster hinhängen, wenn ich nicht direkt gleich hinfliegen kann. Elon Musk, der ja seine, wie heißt das Ding? SpaceX. 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 So Rakete. SpaceX. hat ja abgefeuert, die dann ja explodiert ist. Hat er aber gesagt, ja, ist okay, hab vieles gelernt, nächstes Mal machen wir was besser. Ja, aber ist diese, dieses ganze Thema, Mars-Reise für Elon Musk immer noch wirklich wichtig? Also, also Elon Musk ist ja dran. Ja. Ja, dieses ganze Thema Weltraum-Reise auch für Privatpersonen konvilient darstellbar zu machen. Du und Richard Branson. Und Richard Branson ja auch. Ja, wobei ich glaube… Gefühlt ist es aber immer, was man so hört ist, ja jetzt ist wieder dieses Ding abgestürzt und das ist explodiert und das hat nicht geklappt. Es ist natürlich auch unserem Journalismus geschuldet, wie er funktioniert, weil man berichtet natürlich lieber über, boah, da ist eine Katastrophe passiert und irgendwie ein Raumschiff explodiert, als über, ja, der hat jetzt, der hat irgendwie eine Umrundung um den Mond geschafft. Schon klar. Aber die Frage ist trotzdem, das sind jetzt nicht… Ja, wobei, finde ich auch so… Das sind jetzt nicht die Nachrichten… Das ist so, lame news. Lame news. Man hat halt mit einer Rakete den Mond umrundet. Lame news. Da ist nichts explodiert. Ja, meine ich ja. Es ist auch ein bisschen lame news. Auf der anderen Seite… Vor allem lame news. Auf der anderen Seite, es ist jetzt auch nichts, was bei mir ganz großes Vertrauen schafft, wenn ich jetzt derjenige wäre, der genügend Geld hätte, um zu sagen, ich gehe jetzt mal her und mache jetzt mal hier so eine kleine Reise zum Mars. Ich glaube, es ist ja so ein bisschen unterschiedliche Ansätze. Ich glaube, Richard Branson will ja einfach wirklich so in den Weltraum fliegen, weil er halt irgendwie Flugzeuge, die höher fliegen und dann fliegst du da so ein bisschen im Dingens rum und ich glaube ja schon, dass Elon Musk Plan ist zu sagen, ja, wir verlassen diesen verkackten Planeten, weil der irgendwann eh zu Ende ist und wohne halt auf dem Mars. Und da spiegeln sich auch zwei unterschiedliche Unternehmerpersönlichkeiten wieder. Richard Branson auch sehr erfolgreich, Elon Musk sehr viel erfolgreicher. Während der eine gesagt hat, shoot for the moon, hat der eine gesagt, shoot for the Mars. Ja, ja, wirklich. Und soll ich dir was sagen? Was ich ja nicht wusste, Elon Musk, ne? Man sieht ihn ja jetzt so als durchtrainierten, coolen Unternehmer. Ja. Guck dir mal Bilder aus seiner Jugend an oder so aus seinen Anfängen. Ja, warum? In PayPal-Zeiten hatte er ja quasi erstens nur noch sehr wenig Haare. Ja, das wusste ich gar nicht. Wusstest du das? Der hat sich ja komplett die Haare transportiert. Er war mein großes Vorbild. Ah ja, okay. Bei meinem Thema. Nein, nein, also das war mir bewusst. Und so dicklich, so richtig. War er dicklich? Ja, ja, ja. Ich dachte eher so hager. Ja? Ja, so skinny fat, würde man sagen. Ja, ja, ja. Okay. Also wirklich, wirklich komplette Transformation gemacht. So. Ja, ja. Eigentlich untypisch, oder? So, weil normalerweise ja so Menschen mit sehr, und ich würde ihm das garantiert zusprechen, dass er einen sehr, sehr wahnsinnig großen Intellekt hat. Und man sagt ja vielleicht Leuten nach, die einen hohen Intellekt haben, dass die auf, sag ich, Äußerlichkeiten nicht so viel Wert legen. Deswegen waren auch bei mir wirklich sehr viele Leute überrascht. Ja, genau. Ja, ja. Absolut. Und bei mir sind sehr viele Leute überrascht, dass ich so wenig an meinem Äußeren mache, weil man sagt, also den Intellekt hat er nicht. Also, er sollte schon lieber über das Aussehen kommen. Da könnte er mal eine Schippe zulegen. Ja, er sollte lieber über das Aussehen kommen, weil über den Intellekt hat er ja nicht zu punkten. Aber ich weiß genau, was du meinst. Aber das wusste ich gar nicht. Aber das hat mich gewundert, weil er so, ja, es war unerwartet auf jeden Fall. Und für mich ist ja dann, Alexander Graf ist ja so der deutsche Elon Musk. Alexander Graf? Ja, der macht da auch gerade so Body Transformation, oder? Der wird da auch so sexy as fuck. Wer ist nun mal Alexander Graf? Von, wie heißt es? Spryker. Ah, Spryker Alexander Graf. Ja. Ich war ganz kurz bei Alexander Geers. Und hast gesagt, oder, ach, der Graf heißt mit Vornamen Alexander? Ja. Ihr von Unheilig. Der Super Graf. Der Super Graf ist aber wiederum Alexander Graf. Ja. Also für alle Hörerinnen und Hörer, die ihn nicht kennen, er ist Unternehmer und auch Podcaster zum Thema E-Commerce und Co. Ja. Zum Thema E-Commerce. So, wir machen aber jetzt weiter bei und wir bleiben aber in diesem ganzen kosmischen Thema. Genau, und wir müssen jetzt zu den Monolithen kommen, denn du hast die Frage vorher nicht beantwortet, deswegen mache ich es. Überall auf der Welt sind plötzlich gläserne oder metallene Monolithen aufgetaucht in der Wüste, im Regenwald, in überall. Ja, also you name it. Überall auf der Welt. Bin der Dunder, ja. Und man hat sich wirklich gefragt, was ist da los? Sind die Aliens jetzt unter uns? Ist das ein Zeichen? Wann kommen sie? Wo ist das Raumschiff von Star Trek? Wo ist das Raumschiff von Independence Day? Wo ist Oculus Rift? Ja, wirklich. Ja. Wo ist William Shatner? Und Patrick Stewart? Ja, wo sind die jetzt? Wo ist Stewart Lidl? Die Maus. Ja, ich weiß. Ich weiß. großer Fan. Das war das andere Poster, neben Che Guevara. Che Guevara-Poster und Stewart Lidl-Poster. Die Leute waren immer, die wussten nicht genau, was los ist. Komisch und Kombi. Aber ich muss sagen, auch so die barbusige Heidi Klum und Stewart Lidl werden auch komisch gewesen. Nein, aber Max, bevor wir wirklich hier zu komödiantisch werden, doch kurz die Frage, was ist denn jetzt mit den Monolithen? Was ist aus den Monolithen jetzt geworden? Was ist da drin? Ja, war es nicht am Ende irgendwie einfach nur irgendwie ein Fake-Video oder sowas? Nein, ich glaube ... Hat die einer aufgestellt? Nee. Es war mehr oder ... Doch, doch. Es war ... Also die waren physisch auch wirklich da? Die waren physisch da, ja. Aber die waren ja sehr hoch. Wer hat denn das gemacht? Irgendeine Promo-Aktion war es. Ja. Und für was? Monolithen. Oder irgendwie so eine Metallverarbeitungsfirma. Ich würde denken übrigens, dass einfach für 95% der Leute einfach das Wort Monolith einfach auch schon neu war. Ja, 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 klar. Ja, okay, ja, wir haben jetzt hier so eine Monolithenfirma. Ah ja, okay. Nee, wir haben eine Monolithenfirma, ist schon ... Why? Monolithenfirma klingt für mich auch immer so ein bisschen so ... Was verkaufen die? Monolithen? Nach entweder Sekte oder Zeugen Jehovas. Sekte also. Ja. Ich möchte gerne verstehen, was verkauft eine Monolithenfirma? Monolithen? Ja. Und wie groß ist die Nachfrage nach Monolithen, die man käuflich erwerben kann? Brauchen dann wiederum Leute, die eine Promo-Aktion machen wollen für Monolithenfirmen. Das ist wirklich so ... So ein Kreislauf einfach nur. Ja, aber Promo für was war es denn jetzt? Ich weiß es wirklich gar nicht genau. Ich kann es dir nicht genau sagen. Ja. Müssen wir nachliefern. Ja, können wir machen. Aber ja, coole Aktionen, sage ich auf jeden Fall. Hut ab für die Monolithen. Ich, also, für mich, Monolith ist ein tolles Lied der Band 65 Days of Static. Wen das interessiert, kann man mal reinhören, wenn man möchte. hat auch so spacige Klänge. Und warum wird Monolith automatisch immer, weil Monolith ist ja im Endeffekt einfach nur, sage ich mal, ein sehr gerades Phallus-Symbol. Und warum wird das immer gleichzeitig mit Weltraum in Verbindung gebracht? Ich glaube, wegen Stanley Kubrick. Ich glaube, weil in diesem Film, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, Odyssee im Weltraum. Odyssee 2001. Ja. Da kommen auch Monolithen vor. Ah ja. Und deswegen ist es auch so geil, dass unser Wissen über den Weltraum auf dem Buch, das Odyssee 2001 heißt, was ja im Endeffekt 2001, ja, weißt du noch, wie alt du 2001 warst und was du da gemacht hast? Ja, 13 war ich da. Nee, da nicht. It's long in the past. Ja, aber genauso, wie sich unser Bild über Monolithen irgendwie konstatiert aus diesem Film oder konstruiert aus diesem Film, ist es genauso wie dieses Bild von fliegenden Untertassen. Weißt du so? Ja, wie sieht ein UFO aus? Ja. So eine fliegende Untertasse, so eine komische Scheibe. Ja, warum zur Hölle sollen die so aussehen? Also so ein richtig beschissenes Raumschiff. Ja, und auch warum Außerirdische so aussehen sollen. Immer dieses Bild von so kleinen grünen Männchen mit so großen Augen. Große Augen und dann so schleimig und irgendwie so komisch, so dysfunktional. Warum können die nicht einfach aussehen wie größere, bessere, coolere Menschen? Ja, oder vielleicht sehen die auch einfach aus wie Katzen. Ja. Oder vielleicht ganz anders. Ganz anders. Also vielleicht sind es auch nur so wie so Wolken oder sowas. Dieses Bild gibt es auch. Habe ich auch schon hier. Ja, ja, ja. So einfach nur Energiewesen. Ja. Oder jetzt irgendwie, was auch witzig wäre, weiß ich nicht. Die sind einfach wie so, vielleicht sind das auch einfach Monolithen. Ja, und am Ende stellt sich... Und warum müssen die, und warum wird auch immer gesagt, dass das eine höhere Lebensform ist, weil, ähm, und die schlauer sind als Menschen. Also irgendwie ist das ja immer der Gedanke, weil die dann zu uns auf die Erde reisen. So, jetzt könnte man ja sagen, vielleicht, also wer sagt das immer? Vielleicht sind die auch einfach komplett trottelig, aber die haben halt eine Sache richtig gut gemacht, und das ist irgendwie Space Travel. Ja, oder... So, die haben halt nichts anderes auf die Reihe gekriegt, aber Space Travel haben die halt komplett irgendwie zu Ende gespielt und das haben die hingekriegt. Ja, oder halt eben nicht. Weil das haben wir ja schon mal hingekriegt. Ja, oder halt eben nicht. Jetzt stell dir vor, die sind so richtige Trottel, so irgendwie so Jar Jar Binks und dann haben die sich wirklich so aus irgendeinem die Monolithen und die denken sich so Monolithen? Ach du Scheiße, wo sind wir hier gelandet? Ja. Ja, wir wollten eigentlich fünf Galaxien weiter. Ich wollte doch nur zu Oma Erna. Ja, so wirklich. Die wollten auf so einen richtig saftig grünen Planeten, der kein Problem hat mit irgendwelcher Klimazerstörung, bla und blub, und jetzt sind die hier gelandet. Ja, und dann in der sächsischen Schweiz. Ja, und dann wirklich so Raumschiff kaputt, wir kommen nicht weit. Gestrandet auf der Erde. Ja, wirklich. Weil das wäre ja auch so die nächste Frage, warum sollten die unbedingt hier hinkommen? Gibt es nicht vielleicht acht Galaxien weiteren viel geileren Planeten? Ja, also auch so dieses wie selbstverliebt kann man denn sein, dass die Außerirdischen kommen alle hin. Was wollen die denn hier? Vielleicht sind die auch vorbeigeflogen und haben gesagt, lass mal lieber. Keinen Bock. Haben so einmal reingezoomt. Auch wie du eben gesagt hast, bin der done that. Ja, oder sind so vorbeigeflogen und zoomen dann so rein und fangen dann so eine Frequenz irgendwie und sehen dann so irgendwie die Story, wo Beatrix von Storch halt gegen diese GEMA-Gebührenerhöhung von 86 Cent wettert. In HD mit so einem ganz verzerrten und gemeinen Gesicht und die sehen das dann und das ist dann so das Signal, was sie aufnehmen und sagen so, ja, wollen wir da hin? Was lieb da für eine Spezies? Und dann dieses Signal kommt zurück und dann ist so, nee. Komm, Job, schnell weiter. Ja, wollen wir? Nee, komm, lass. Lass, einfach, lass weiter. So, weißt du, ist das so ein bisschen die Frage. Max, apropos lass weiter. Ich hab noch ein Thema. Ja, du bist eine Themenhore. Ich bin heute eine Themenhore. Nehme ich gerne auch auf mich. Aber es gliedert sich ganz gut ein. Es wird so eine, ja, kosmische. Du bist die, wie heißt die Nummer? Alex Bechtel? Alex Nelde? Alex Nelde. Nelde. Wer soll das sein? Diese Schauspielerin, die die Wanderhore gespielt hat. Ah, ja, ja, ich kann mich erinnern. Übrigens, das ist auch ein Phänomen. Jetzt gerade, weil die war zu dem Zeitpunkt total gehypt. Ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, dass Leute, so Schauspieler, für so einen bestimmten Zeitraum unglaublich gehypt sind, in die allen möglichen Rollen besetzt werden. Im Sat.1-Filmfilm, in der RTL-Weltpremiere. Und dann, und dann wirklich so von jetzt auf gleich gar keine Rolle mehr spielen. Also das finde ich relativ krass, weil, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, aber Wotan, Wotan Wilke Möhring, der war ja so zeitweise, weil ich am Wochenende habe ich einen Film gesehen, wo er eine Nebenrolle gespielt hat. Ja. Und der ist aber jetzt auch ein paar Jahre alt. Und jedenfalls, es gab eine Zeit, da hat er überall mitgespielt. Es gab einen Tatort mit ihm, es gab verschiedene Filme, bei Till Schweiger hat er einen Nebenfilm mitgespielt. Ja. Wo ich so gedacht habe, ja krass, der ist jetzt so ein Typ, der ist jetzt einfach so 20 Jahre da. Und jetzt gefühlt ist Wotan gerade kein, ist nicht mehr der Typ so. Und die Frage ist, ist Wotan Wilke Möhring eigentlich Schauspieler geworden, nur aufgrund des Namens? Ja. Der heißt auch vielleicht einfach Karl-Josef Schmidken. Und er hat sich gedacht, mit dem Namen wird es nichts. Deswegen, ich brauche einen geilen Künstlernamen. Ist es Künstlernamen oder ist es wirklich ein Name? Ist für mich genau so ein Buch mit sieben Siegeln wie die industrielle Herstellung von Monolithen. So eine wirklich industrielle Schule. Ja. Ja. Ich kann es dir nicht sagen, aber ich fand diese Frage einfach interessant. Warum ist es wirklich so, Schauspieler kurz, ist der Schauspielbetrieb wirklich, das ist hart. Hartzer Topol. Deswegen habe ich mich irgendwann auch sehr bewusst dagegen entschieden. Ja. Will gar kein Schauspieler mehr sein. Ich habe noch einen Punkt zu machen in dieser kosmischen Trias, die es jetzt nunmehr ist. Wir hatten die Monolithen-Show, wir haben gesprochen über die explodierte Rakete von Elon Musk und jetzt haben wir noch eine Meldung dabei. Wir haben über deinen Mars-Poster gesprochen. Wir haben auch über meinen Mars-Poster gesprochen. Wir sind eigentlich schon bei Punkt Nummer vier. Riesige Gasblase im All entdeckt. Und da habe ich natürlich, witzig wie ich bin, gefragt, wie steht das vielleicht auch in einem kausalen Zusammenhang mit Rainer Kallmunds Magenverkleinung. Ja, das fragen sich viele, fragen sich vielleicht auch Rainer Kallmund. Ich weiß es nicht, aber es sind immer so News, ich finde, ich liebe diese News. Ich lese solche Headlines auch immer richtig gerne. Also sowas wie riesige Gasblase entdeckt, das so. Und jetzt? Das ist immer so ein bisschen und jetzt. Genauso wie, ich wollte das vorhin, wollte ich es nicht erzählen, jetzt kann ich es machen. Ich habe auch irgendwie die letzte Woche so eine Headline gelesen. Ist das gesamte Universum ein schwarzes Loch? Ja. Also Indizien weisen darauf hin, dass das ganze Universum ein schwarzes Loch ist. Und das ist dann auch so. Und dann versucht man den Artikel zu lesen, merkt so, ja okay, ich weiß nicht, wer das geschrieben hat, aber es ist einfach, es übersteigt meinen Horizont weit. Ich gebe mich einfach mit der Headline zufrieden und versuche mir dann irgendwie über Wochen irgendwie so in meinem Kopf aus dieser Headline irgendwie eine Story zu bauen und das zu verstehen. Was hat natürlich nie funktioniert, weil erstens verstehe ich keine schwarzen Löcher und dann auch nicht, wie das gesamte Universum ein schwarzes Loch sein soll, aber es wabert dann so in einem. Und jetzt mit der Gasblase wird es genauso sein. Es ist ein bisschen ernüchternd. Wenn man sowas liest, es ist Ernüchterung pur, weil man doch das Gefühl am Ende bekommt, ja eben wie du es gesagt hast, intellektuell, naja, dann doch lieber äußerlich nachlegen. Ja, dann doch lieber die Bachelorette. Dann doch lieber die Bachelorette. Die Z gegangen ist. Aber ich möchte ganz kurz, bevor du jetzt hier den Trash-TV-Content ausweichst. Ich wollte ja von dem neuen, ich wollte ja eigentlich vom neuen Schifffahrt, vom neuen. Kommen wir zu. Okay. Kurzer Punkt, damit, weil ich merke das schon, viele, die jetzt gerade die Folge hören, fangen schon an, sich die Finger wund zu tippen und versuchen irgendwo zu verorten, wo ist denn jetzt diese Gasblase genau im All? Viele haben auch schon auf Google Maps geschaut und ich kann euch beruhigen, südlich der Milchstraße, südlich der Milchstraße. Süden ist immer unten, wie man sagt. In der Geografie ist Süden immer unten. Und auch wichtig, da hole ich jetzt gedanklich das Deutschlandflacken-Emoji raus. Wir sind ja Teil der Milchstraße. Wir sind Teil der Milchstraße, aber ich hole gerade gedanklich das Deutschland- Emoji raus, weil entdeckt wurde das Ganze nämlich vom deutschen Röntgenteleskop Erosita. Erosita. Ist das nicht ein Lied hier von Fettes Brot? Hol die Möpse rein. Ja, fahr die Möpse rein. Zieh dir bitte das an. Ja, genau. Erosita. Ja, tolles Lied auch von echtes Brot, wollte ich gerade sagen. Ja, echtes Brot. Echtes Brot mit dem Lied Erosita. Deswegen ich auch nochmal auch hier. Meinst du, da sitzt, ich stelle mir das ja immer vor, so ein Teleskop, da sitzt da immer so ein Forscher vor, in so einem weißen Kittel und guckt dann da so immer rein. Ich stelle mir das nach wie vor so vor, wie in diesen Zeichnungen bei der kleine Prinz. Weißt du? Ja. Ein Typ sitzt auf so einem kleinen Planeten und hat so ein Fernrohr und guckt so. Ja, und dieses kleine Fernrohr heißt Erosita. Ja, und dann hat er das entdeckt und dann sagt er, ja, klasse. Ja, übrigens, um da auch nochmal anzuknüpfen, es könnte nämlich auch sein, dass die Gasblase wodurch entstanden ist, richtig, schwarzes Loch. Auch da? Auch da wieder. Langsam denke ich, das ist so, also langsam geht den Wissenschaftlern irgendwie die Erklärung aus. Wenn sie nichts mehr wissen, dann wird immer gesagt, schwarzes Loch, dann ist das so komplex, dann fragt keiner mehr nach. Ich wünschte, ehrlich gesagt, ich wäre zu Schulzeiten so ein bisschen schlagfertiger gewesen, weil wenn da der Lehrer nach der Hausaufgabe gefragt hat, die nicht da war, dann hätte ich auch gesagt, sorry, wir haben bei uns hier in Webern auf dem Dorf ein schwarzes Loch. Ist ein Thema. Ist ein Thema. Ich hatte sie, aber sie sind nicht mehr da. Wo sind sie? Ja, richtig. Schwarze Materie. Im schwarzen Loch. Genau, ja. Und das bedroht das Wetzdorfer Ei. Ich sage es Ihnen ganz klar. Es ist auch irgendwann verschwunden. Niemand weiß, wo es heute ist. Wo ist es denn eigentlich? Es ist verkauft worden auf Ebay, angeblich damals, aber es ist ein anderes Thema. Sag mal wirklich, wo ist das Ei? Das Ei stand wirklich lange. Wo ist es jetzt? Ich weiß es nicht. Es ist verkauft worden für einen Euro auf Ebay. Angeblich an so Schrott-Händler. Also es gibt es scheinbar nicht mehr. Für einen Euro. Ja. Man war einfach nur froh, dass es weg war. Am Ende. Also bei uns war das früher auf dem Dorf. Da kam immer der Schrott-Händler und der hat so eine geile Melodie gespielt. Ja, aber das gibt es überall. Das gibt es auch hier in Düsseldorfer. Ich spiele die auch diese Musik. Ja. Die spielen immer so eine geisteskranke Musik. Ja, wo du fragst, wie so Wahnsinnige, oder? Ja, da fehlt wirklich irgendwie nur so ein total irrer Typ, den da hinten auf der Ladefläche steht. Ja, da fehlt ein total irrer Typ. Naja, fehlt der wirklich? Nein, aber um dieses Bild zu kompletieren. Aber das ist ja so geil, wenn die dann so ankommen und dann so, ich stelle mir das vor, wie die das Ei abgeholt haben. Und dann so bei Ebay mitgesteigert und dann so, fahren die so auf dem Parkplatz drauf und dann so das Ei ungefähr 100 Mal größer als der Bulli. 8,60 Meter. Als dieser Bulli und dann so einfach so, Hermann, pack mal mit an. Aber ihr, Karl, komm du auch nochmal dazu. Und dann so alle so, stemmen das hinten so einfach auf den Wagen drauf und dann so, fahren die wieder weg. Aber auch wirklich so geisteskrank starke Typen, denen du nichts zugetraut hast. Ja, ich hatte auch mal so eine Szene, als ich mir einen Kühlschrank bestellt habe. Aber das ist eine andere Story. Komm, das ist auch so einfach ein Typ, den Kühlschrank drei Stockwerke hochgetragen. Das ist ein richtig großer Kühlschrank. Unnötig. Die sind vorher beladen. Ja, genau. Also ich nehme den Kühlschrank, aber gerne voll. Ja, wirklich. Folgenden Online-Einkauf würde ich gerne direkt mitbestellen. Ja. Das ist vielleicht auch eine tolle Idee jetzt für die Pandemiezeit. Max, wir haben noch ein Thema in der Panorama-Kategorie, um diese abzurunden. Ja. Das hast du mitgebracht. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt. Weil, good news für alle Kreuzfahrer und ich finde great news in 2020 für die gesamte Kreuzfahrer-Community. Endlich ist der Kreuzfahrt-Schiff-Tunnel endlich fertiggestellt. Wo denn überhaupt? Auf südlich der Milchstraße? Ich denke, kurz hinterm, wie heißt das nochmal? Irgend so ein Nebel. Nebula. Monsun? Ja, genau. Da wurde der Tunnel fertig. Ich weiß echt nicht, wo der ist. Okay. Im Zweifelsfall immer Mariannengraben, Panama oder Beringsee. Ja. Oder Bottnischer oder Finnischer Meer, Busen. Ja. Irgendwo verbindet, weiß nicht, verbindet vielleicht auch Hall mit Rotterdam. Kreuzfahrt-Tunnel. Stell dir vor, das wäre jetzt so ein Großprojekt. Ja, ungefähr wäre dann so ein Projekt wie Stuttgart 21. Da findet richtig viel Verkehr statt auf dieser Strecke. Und dann hat man einfach gesagt, wir brauchen da irgendwie so einen Fast-Track. Ne, wir haben eigentlich schon viel Verkehr. Wir bauen da jetzt was, was alles lahmlegt für Jahre, damit wir dann drei Minuten schneller sind. So ein richtiges Jenny-Projekt. Und ich glaube, ich bin nicht sicher, aber ich glaube, dass damals da auch Heiner Geißler mit involviert war. Der hat geschlichtet auf jeden Fall. Aber es ist so ein Projekt, wo du dann hörst. Aber nicht zwischen irgendwie Umweltaktivisten. Ne, rivalisierenden Kreuzfahrtschiffen. Ja, und den Meermenschen. Ja, sowieso, genau. Die, und, also quasi. Da erinnere ich mich, bei Kreuzfahrtschiffen, also das Thema war für mich schon immer Horror. Ja. Weil ich ja Kreuzfahrten ganz schlimm finde. Wie gesagt, also kannst du dich noch an die Costa Concordia erinnern? Aber selbstverständlich. Also das war das einzige Mal, wo ich wirklich, das sind die einzig positiven Nachrichten, die ich jemals von so einer Kreuzfahrt mitgenommen habe. Alleine wie dieser Kapitän von diesem Boot. Ich bin aus Versehen ins Rettungsboot gefallen. Und bin, ja, dann war ich jetzt schon mal drin. Und naja, wenn ich dann schon mal drin bin, dann bin ich halt mitgefahren. Das waren wirklich so aus der Kategorie die unglaubwürdigsten Lügen des Jahrtausends. Also die, die, also wenn du wirklich große Lügen, die geil sind, also die Story und die Story, dass Boris Beckers Kind nicht Boris Beckers Kind ist. Ja. So, das war ungefähr in der gleichen Kategorie, wo du, dass die nicht angefangen sind zu lachen, während sie die Lüge erzählen, war schon alles. Aber da frage ich mich, wo ist denn die Costa Concordia? Liegt die da jetzt eigentlich immer noch? Nein, die ist doch irgendwann abtransportiert worden. War das schon? Habe ich verpasst. Da habe ich ein ähnliches Endlager genommen wie das Betz dabei. Auch da wieder so. Wurde für einen Euro bei E-Mail verkauft und dann kam auch so ein Trödeländer. Helmut, pack mal an. Packen wir hinten drauf. Vorsicht, Vorsicht, nicht da zu den Finger klemmen. Vorsicht, Vorsicht. Kam auch noch mit drauf. Ohne Scheiß, wo ich letztens nochmal dran gedacht habe, so, wir hatten auch eingangs Thema Titanic. Und als Kind, als ich den Film gesehen habe, ich war ja auch sehr interessiert, da habe ich irgendwie nie verstanden, naja, warum sind überhaupt so viele Leute gestorben? Oder auch beispielsweise bei dem Costa Concordia-Unglück. Bei dem Costa Concordia? Da sind doch gar keine Leute. Doch, 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 klar. Echt? Da sind ein paar hundert gestorben auch. Wirklich? Naja, natürlich. Obwohl das relativ nah da an der Küste war, da sind ein paar hundert Leute, nicht ein paar hundert, aber ich glaube, hundert oder so. Okay. Vielleicht waren es auch 50, aber es sind auf jeden Fall Leute gestorben. Und wie gesagt, Titanic, damals ein paar mehr, da habe ich immer so gedacht, so, hey, aber ja, das ist doch Wasser und da kannst du doch drin schwimmen. Bis ich dann, ja, 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 genau. Bis ich dann irgendwann jetzt letztens nochmal rausgegangen bin und gedacht habe, so, ah, es ist plus fünf Grad, es ist richtig kalt, es ist richtig kalt. Ja, Entschuldigung, bitte. Es ist richtig kalt und wenn ich mir jetzt vorstelle, in so ein Grad warmem Wasser zu schwimmen über sehr lange Zeit. Nein, ich schaffe es ja gar nicht. Bei einem Grad, da bist du sofort ja tot. Aber das war doch ungefähr so kalt. Ja, aber nicht bei der Costa Concordia, das war im Sommer im Mittelmeer. Nein, aber Titanic. Ja, das ist klar. Also, aber sind denn wirklich bei diesem Costa Concordia Augenblick, sind da Menschen gestorben? Ja, auf jeden Fall. Das schauen wir mal nach. Ja, das können wir sofort nachschauen. Weil dann nehme ich natürlich meine Aussage zurück, dass das gute News waren. 32. So. Okay. Ja, also nicht hunderte, aber 32. Ja. Okay. Ich sag mal so, ja, ich hab eben auch schon gedacht, ja, also trotzdem, dabei kann man schon bleiben, die Story mit dem Kapitän und das ist einfach glorreich. Die Story mit dem Kapitän ist glorreich. Das erinnert mich persönlich ja an einen anderen Kapitän, Kippenblaubeer. Ja, ja, wirklich, fand das da rein. Hat er früher als Kind viel geguckt und hat gesagt, so komme ich aus der Nummer raus. Ja, und diese Kreuzer, und irgendwie ist es so, es reiht sich ein in so eine Geschichte von Projekten, die du 2020, also die lange dauern und die in jedem Jahr irgendwie eine tolle Story werden, nur nicht im Jahr 2020. Man kann sagen, gutes Projekt, zu lange gedauert. Ey, ich zweifle es an, ob ein Kreuzfahrtschiffstunnel ein gutes Projekt ist. Okay. Ein großes Projekt. Eine Idee von Leuten, die sich gedacht haben, großes Projekt könnte einen größeren Impact haben. Also ist auch so ein Ding, das freut nur die Kreuzschifffahrtscommunity, oder? Ja, und Kreuzschifffahrten und die Community und auch da, also hör mir auf, egal. Das lokale Ökosystem fandst du bestimmt geil. Ja, genau. Aber ich meine, was alle diese Projekte gemein haben, wirklich sehr schlechtes Launchdate ausgesucht. Ja, oder? Und vor allen Dingen, wahrscheinlich ist das ja auch so ein Projekt, was sich 20 Jahre verzögert hat. Und dann wird es also so ein bisschen, der BER hatte ja das gleiche Schicksal. Also du schaffst es irgendwie über 20 Jahre lang, oder schaffst du es nicht, diesen Kack-Flughafen fertigzustellen und dann machst du es in 2020, wo ja wirklich so fliegen, ah nee, machen wir jetzt doch nicht mehr. Die Lufthansa steht das dritte Mal irgendwie vor der Pleite. Keiner fliegt mehr weg, auf absehbare Zeit noch nicht. Und da machen wir den Flughafen. Also das wäre nur noch, das würde nur noch getoppt werden. Also wir hatten jetzt schon die Luft, wir hatten jetzt so Wasser und wenn in diesem Jahr noch Stuttgart 21 wirklich live geht, wäre jetzt noch so die dritte Ebene, wo du sagst, das nächste Großprojekt, was wirklich toll, dass es jetzt live gegangen ist, wir haben uns alle drüber sehr gefreut. Ja, wirklich, da dreht sich reiner Geister im Graben. Ja, wirklich. Jetzt vielleicht noch eine Autobahn bauen. Ey, Autobahnen sind voll. Aber jetzt vielleicht noch so Bürogebäude. Ich finde, es wird ja auch in Düsseldorf, es werden ja noch Bürogebäude gebaut. Es werden richtig viele Bürogebäude gebaut. Wo du denkst, so für wen baut ihr das alles noch? Ja, und das ist fast schon das Ding so, Verzweiflung, das wirkt so verzweifelt. Wie nennt man das? Point of no return, weißt du? Ja. Ja, wir könnten, wir sollten, also sinnig wäre, jetzt irgendwas anderes draus zu machen. Ja, wie dieses Lockdown-Thema. Aber wir sind schon zu weit. Jetzt kommen jetzt ziemlich was durch. Wobei, du denkst dir so, ihr seid ja noch nicht mal so weit, aber da ist jetzt so, nee, jetzt haben wir aber gesagt, wir machen das und dann machen wir das jetzt auch. Richtig, außerdem, wir haben die Bauanträge, wir haben die Finanzierung, wir haben hier irgendwie das Commitment vom Oberbürgermeister, der war auch schon da. Also jetzt, sorry, wir wissen zwar, es ist nur Todgeburt, aber jetzt müssen wir da durchziehen. Ja, so wirkt das wirklich dann so. Das ist wirklich so, ihr baut da was für, so ein bisschen hat das Monolith-Charakter. Ja, wirklich sehr unnütze Dinge, die aber dann irgendwie so beeindruckend sind. Ja, beeindruckend unnütz. Ja, ist das nicht auch vielleicht die Definition des Monolith? Erinnert mich so ein bisschen an so ein spanisches Flughafen-Projekt, so mitten in der absoluten Pampa. Gab's das? Ja, gab's, gab's. Also wirklich, wer mal so ein Goodread haben will jetzt hier, während der Weihnachtszeit, soll sich mal mit dem Thema beschäftigen, habe ich mich sehr eingelesen, zeitweise auch. Ist wirklich toll. Ich glaube, das war so irgendwo in, ich glaube, Südspanien, oder eigentlich so mittendrin, Zentralspanien, irgendwo, wo rundherum auch die nächsten Städte sehr weit weg sind. Und dann wollte man auch so extra Autobahnanbindungen bauen. Was war denn, also warum hat man das gemacht? Weil man gesagt hat, man schafft diese Autobahnanbindung und dann ist das irgendwie in so einem guten Dreieck zwischen verschiedenen Städten, ist aber nie zu diesen Autobahnanbindungen gekommen. Und da war da einfach mitten in der Bahnerei dieser Flughafen. Und da sind dann wirklich so, einfach so drei, vier Flugzeuge am Tag gestartet und gelandet. Und da waren einfach keine Flugpassagiere, da war gar nichts. Und irgendwann hat man diesen Flughafen an so, ich weiß gar nicht, wie das nochmal war. Ich glaube, günstig weiterverkauft an so einen dubiosen Besitzer, der wirklich in so Drogenschmuggel und so verwickelt war. Der war sehr zufrieden mit diesem Flughafen. Ich fand super, war ein guter Hub. Ja, wirklich, er hat sich gedacht, abgelegen, diskret, gefällt mir sehr gut. Aber Biggie, eine super... Drogen und Menschenhandel über diesen Flughafen, best. Eine super Story, sollte man sich wirklich jetzt vielleicht während der Weihnachtszeit, ist auch die Zeit dafür nochmal durchlesen. Würde ich auch sagen. Ich würde jetzt sagen, Jan, wir haben heute zwei wahnsinnig tolle Kategorien gemacht. Wir sind schon wieder echt knackig in der Zeit. Es ist auch schon wieder wirklich späte Stündchen. Es ist schon fast wieder Geisterstunde. Und deswegen würde ich sagen, Jan, wir rappen das ganze Ding jetzt mal richtig fein ab. Ich würde sagen, wir rappen es auch ein in Geschenkpapier. Und dann geht das raus. Und wir hören uns dann am Mittwoch wieder. Wir hören uns am Mittwoch wieder, dann wieder mit Gast. Freut euch schon mal, es wird großartig. Und senden auf jeden Fall in dem Rhythmus noch weiter. Auf jeden Fall bis Weihnachten. Wir werden euch mit der Sonntagssendung bis zum Ende des Jahres begleiten. Bis Weihnachten auch mit Gast. Und dann geht es mit einem großartigen Gast. Da wollen wir noch nicht zu viel verraten. Wir haben nur großartige Gäste. Aber auch mit einem weiteren großartigen Gast auch im Januar weiter. So viel steht jetzt schon fest. Das können wir hier schon mal revealen. Was ich mir noch wünschen würde, Jan, der für die heutige Folge. Du hast es schon lange nicht mehr gemacht. Was denn? Du stellst gerne Zeugnisse aus. Zeugnis. Soll ich nochmal ausstellen? Fände ich für heute mal ganz gut. Weil ich bin mir unschlüssig. Es war viel ernst wieder dabei. Wir waren wieder so ernst. Wirklich? Waren wir nicht? Nee, fand ich jetzt überhaupt nicht. Deshalb mein Zeug. Okay. Ich stelle dir so ein Grundschulzeugnis aus. Grundschulzeugnisse, wie du weißt, bestehen ja. Lesen, schreiben. Nein. Bestehen immer aus einem kleinen Textteil. Ja. Und Notenteil. Aber nur bist du zweitklasse. Ja, bei mir war es komischerweise in der dritten und vierten auch noch so. Ja, sonderlich. Aber ja, da ticken die Uhren an noch. Ja. Nein, aber ich... Nicht nur die Uhren. Also ich sage, wir hatten eine sehr schöne Folge, die finde ich überhaupt nicht allzu ernst. Wir hatten am Anfang so ein bisschen ernsteren Teil. Ja. Vor allem bist du sehr ernst geworden, hatte ich das Gefühl, als ich das Thema... Ich wollte gerade so ein Gina-Wild-Foß. Heidi Klum-Foß da habe ich gesprochen. Das war dann die Phase danach. Interior Design Teil, da habe ich gefühlt, da warst du mit am Ernstesten. Und dann hatten wir natürlich unseren Talk zum Thema Lockdown und Co. Klar, da war es mal ernst. Aber ansonsten würde ich sagen, also, da waren wir doch locker flockig unterwegs. Ich sage hier eins Minus, mindestens. Hey! Ja. Ja, dann, wenn du das sagst, Jan, du bist der Experte für diese Sendung, da würde ich sagen, freue ich mich. Danke für dieses wunderbare Zeugnis. Auch Gratulation an dich, Gratulation an mich, an alle unsere Hörerinnen und Hörer. Wirklich, Gratulation an die Hörerinnen und Hörer, dass sie sich entschieden haben, diese Folge zu hören. Ja, wirklich. Und auch durchgehalten haben, bis hierhin. Ja, und das noch mitgekriegt haben. Dann sage ich mal, tschüssi. Macht's gut, wir küssen. Tschüssi. 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 Tschüssi.